ja jaja Leute, hallo, herzlich willkommen zu Minecraft take it late zusammen mit Futur und Svenny jo Svenny macht gerade die Farme oben und unten beim Bauernrufe ja also die Schweinchen werden jetzt theoretisch vermehrt Loll hä, ich hab voll fehl was wenn ich auf F1 drück, dann werden die Kühe so voll hell wenn ich auf normal drück, dann sind die Tiere voll dunkel ne Ahnung, bei mir verändert sich gar nix crazy äh, was F1 ja, F1 wo du halt dann Vollbild ohne es wird heller einfach ja, der Rang wird heller, komm du hieß die Krass einfach und die Kühe haben einfach übliche Schatten, ey ach so, das ist wegen Taschnampe warum ist der Zaun bei den Hühnern höher? weil die Hühner einfach Hühner sind what the fuck also welche Tiere solchen alle vermehren grad eben, weil nur Schweinchen vermehrt ne ja reicht das eigentlich eigentlich wir brauchen eigentlich nur irgendwas zum vermehren, ne ja Hühner sind einfach Hühner, die hauen immer ab, wenn's eins hauen ist das Beste macht halt jetzt nur noch Schweinchen wir essen einfach alles wir essen einfach alles wir essen einfach nur noch Schweinchen, weil der Rest wird einfach nicht mehr vermehrt so fertig aus ja von mir aus bin ich nicht böse drum äh, brauche ... 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 wie immer halt was überhaupt auch in können ich konnte doch nicht mehr aber ich musste gleich abendet weil ausgefunden der es auch spielst auch so jetzt ist die Frage was ich jetzt weil theoretisch ich glaube nicht dass sie mehr sichten müssen als schweinchen das heißt ich kann mich mal oben drum dass sie immer Weizen haben oder was der Beobacht aber da jetzt gucken wir mal was kommt halt sich durch ja ein haufen Slimes Aua ich bin grad voll in um als er ist die Welt hütte ist nein also lieber auf dem Riesenfeld was wie oft ist bei dem Riesenfeld vielleicht ist man ausleuchten ja ich baue jetzt 20 Millionen Monster rum und draußen schreit ein Kind rum ich so will ich bin ja schon am ja wegen dir ja weil er mich gefunden hat er schon ja da hat ich gesehen deswegen hat er geschrieben meine Folge ist dazu da kann mich nicht sehen mit Penner einfach nur Slime-Geräusche alter ist ja richtig nervig echt hörte die mal ja mach weg aber sie sind gleich wieder da ja mach doch mal ausleuchten wie findest du die Front eigentlich warte ich bin beschäftigt mit Kämpfen ich kann grad nicht 20 Millionen Slimes gefühlt ich bin einfach nicht weniger ich guck dir zu sieht gut aus ja ich bin ein bisschen skilter wie du der hat auf drei Schläge genommen mit Nanos selber aus der Große was läuft denn du sollst halt deinen Nanos selber anmachen du Nuss hä der war doch an das ist leer nein du hast mir nur zwei Herzensschaden gemacht ist leer guck mal da ist schon wieder dein nächstes Slime ja tu die doch jetzt mal ich leuchte aus das bringt nix Leuchte doch einfach hier aus nur wenigen ist drinnen ei 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 nur mit Profis hier schon wieder ist einfach so ich hab keine Fackeln ich hab kein Tablet ich hab nix mehr ja Tablet bringt dir in die Ziermacht Tablet könntest du dir einfach wieder bauen, Fuglos einfach geht das da hab ich das auch bekommen ihr habt mir verhauen es dann kann ich mal anschein du hast du einfach verkackt alter ja auch ne Scheiß du hast ja einfach aufsammeln können Creeper töte ihn das ist der gefälligste Feind von dir der kann alles vernichten was du gemacht hast alles zerstören ja wie findest du jetzt die Frontseite ich bin grad dabei verkonzelt dann kann ich's über beantworten die Frontseite? ja die Frontseite ja die Frontseite auch Energie mit Nahrung oh wir haben auch 528 Fackeln ach ist ja wie viel? wir haben auch 400 ja ich hab mal welche gemacht klar 68 Fackeln Markus du musst dir dann noch was überlegen wie du deinen Bauernhof nach hinten umbaust weil da kommen Kabel raus ok da wird einfach ein Lagerraum gemacht oder so ja du musst noch so Strohballen machen für oben so das sieht bestimmt cool aus sei mal kreativ bei der Innenausstattung ich glaub Markus ist kreativer wie du warte bis mein Ding fertig ist aber du machst das von dem Bild aus nein mach ich nicht doch nein mach du ich hab mir nur kurz Ideen geholt aber Innenausbau muss ich selbst machen ja Innenausbau super ja bau du mal ein 64x64 großes Feld aus hab ich schon 20 mal gemacht offline ja wie findest du jetzt den Eingang so vorne ja es sieht gut aus sieht wirklich gut aus warum schwebt das eigentlich in die Luft was warum schwebt das eigentlich in die Luft warum schwebt das eigentlich in die Luft ich weiß auch noch nicht warum ich keinen Boden reingezogen habe ich glaub ich muss noch eine Decke zwischenziehen sieht auf jeden Fall gut aus danke aber mach da mal Treppen hin na nein brauche ich doch mach da kommt ein Boden hin mach nein da kommt ein Boden hin alter wichser ich hab alles vergessen naja ich kann dir gar nichts geben was wollte ich denn grad ahja mein Name selber auffüllen so wie gekämpft ey bin ich nur mal gespannt wie ich das Ding wie ich das Ding hinkriegen soll die erste Etage dann der Übergang 8 Minuten vielleicht Tempo da hässlich ich mach einfach bei äh 25 schluss jup ungefähr würde ich schon ziehen wie lange 8 Minuten oder so vor hier Alter das Ding da hinten nein Sven hat das Ding zugemacht was den Wasserfalldurchgang dieser Schwein dieser Schwein alter Aua 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 die Strafe gestraft seist du es ist oben ist also ok man könnte so ein Turm hinbauen ja hier muss noch ein zweites Kabel auf jeden Fall hin und das muss dann hier rein der Schlitzerl hier sieht voll crazy aus wenn du das Dach raus gehst sonst ist so hell komm mal her komm mal hoch aufs Dach ja warte gleich ist nicht geil irgendwie weil drin Fackeln ist Sinn achso ja das Dach leuchtet ja das Dach so geil achso achso naja Futur soll ich dir helfen nö danke nicht weißt du jetzt selber noch nicht was ich bauen will jetzt willst du mal helfen ja das drumherum zu bauen schonmal ja du kannst den Gärten anlegen wenn du willst da kannst du nicht austoben ja Garten ok Gärten auf jeder Seite will ich Gärten haben vorne hinten Markus du solltest den Bauernhof mal anders beleuchten Fakkelbeleuchtung sieht scheiße aus ach wirklich warum machst du eigentlich bei dir nicht den Innenausbau mit so Strohballern und so mach ich doch erst schon noch und Pferde sammle mal Pferde mach das doch jetzt erstmal mach mal deinen Bauernhof fertig Alter eben dann kannst du den Meier-Tempel fertig machen mit ihnen ausbauen ja Meier-Tempel ist fertig ich mach quasi immer nur euer Zeug was ihr wollt was eine Technik zu tun hat und ihr wollen eure Gebäude dann dahin ganz genau gut dann leg mal hier rüber wo ich bin äh wireless LAN Strom jetzt hat er sich weißt du was guter wenn ich die Genehmigung bekomme dafür ungefähr 200 Diamanten zu verbrauchen gerne warum Diamanten weil ich die für Stromkabel brauche mach einfach ein Tess- äh äh und für das ME Kabel da gibt's sowas nicht warum greif ich Spiel im Tag an nein jetzt mal was nach zu im E-Kabel gibt's keine T- Enderchests oder so irgendwas äh ich hab mir das dumm rum es gibt es so nicht da gibt's bestimmt irgendwas um das Ding übertragen zu können ne ich hab doch gesagt du sollst im Ding machen wireless hier rüberlegen ja das muss ein Kabel da hin zu ner Box die dann bei dir steht zum Kabel ja aber um das Kabel darüber zu legen ja muss ich vom Haus bis darüber ein Kabel ziehen ja müssen wir eh weil wenn man das Atomkraftwerk hinkommt ja wie viel brauchst du denn du brauchst glaube ich zwei Stacks Glasfaserkabel Foto deine D-Mail Strohballen ist gut aber die gibt's nicht keine Strohballen? keine Strohballen gibt's im Ticket gibt's noch eine ältere Version Foto oder wie oft muss ich dir das noch erklären ach scheiße jetzt mach ich eins ach was ist der KG was mach man dann? sind das nur Clownstone oder? was Clownstone? Clownstone ähm nein aber Foto hat gesammelt dachte ich hab ich doch ach so das System? ja gut normales Clownstone oder Clownstone? nur Clownstone 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 das meinst du? ja ich mein da war Clownstone ich glaub ich hab mir natürlich wieder keine ME Kabel mehr ach du will ich auf ach jetzt hab ich meinen Bohrer vergessen das ist doch kacke ein Bohrer Quarzfeiber Quarzfeiber und Redstone Quarzfeiber haben wir auch so gut die keins mehr oder wie war das? genau Quarzfeiber aber es ist cool dass ich jetzt in der Farm das Zeug craften kann weil ich hab ein Crafting Table in der Hand drin und hab über das Tablet Zugriff auf das System wo ist der Bohrer? das ist schon cool ich spinne Auge sieht aus wie ne Schlange mit nem Auge hey wo ist denn mein Ding hin? mit dem Bohrer weiß ich nicht weiß ich nicht ich hab ihn was denn wieso? auch immer weiß ich nicht ich hab ihn wie soll ich denn? ist ja wieder ganz schlaue Junge oh bis du hier hinter dir über sie hinter dir über sie hinter dir hinter dir über sie hinter dir hinter dir über sie über sie schlechtes wer ist denn der hier wieso hab ich da einen scheiß gefickten? er ist aus dem System rausgenommen was zum aufladen vielleicht vielleicht doch nicht Spiel wenn sie klappe das uns auch kürzigen einfach Rohre dann unter dem Feld was wirst du machen du mag es irgendwie muss auf das Feld dann auch noch Wasser ne kann man Wasser unter das Feld setzen, funktioniert das? ja, glaub schon weil dann können wir das hier um das einzige riesige Feldanlage machen, theoretisch denke ich haben wir jetzt 25, sehr gut, dann mach ich noch schnell das und dann oh Markus, das Mikro ist leer ja heute hat er denn nur Pech, der Junge jo ja, der Junge, hast du wieder gelesen, der Lecher ja, hat er ja 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 ja